Oh mein Gott, Leute, wir starten heute nach einem Jahr wieder Stumblegeist und das passiert, Leute! Hey, Mann! Ha! Na! Ja! Oh, nein! Heyo, Leute, Crymax hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Wir sind heute mal wieder zurück in Stumblegeist, Leute. Was geht ab, ihr Paul Berger? Ich hab übertrieben Bock. Leute, ihr wisst es ja, auf meinem Kanal, ihr kennt ja diese ganzen Videos, Stumblegeist früher immer übelst gern gezockt. Ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt ein bisschen länger nicht mehr hier gewesen. Leute, wenn ihr darauf wieder öfter Bock habt, dann lasst jetzt mal ein Like und ein Abo da. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt aber erstmal an, was man hier mittlerweile überhaupt alles machen kann. Ich seh ja hier gar nicht mehr durch. Ich seh nur, ich hab hier noch 10.000 Juwelen aufgeladen. Wir haben auch 10.000 Stumble-Tokens auch noch am Start. Und Leute, ihr wisst noch, damals hatten wir ja jeden Skin gehabt, den es gab. Aber mittlerweile gibt's hier, glaube ich, einige weitere Skins, Leute. Warte mal, wir können mal runterscrollen. Also ich hab hier schon echt viel, aber eben auch extrem viel noch nicht. Okay, hier fängt's jetzt schon an mit den ganzen Skins, die wir nicht haben. Oh mein Gott, was gibt es hier alles mittlerweile? Holy moly, Baccaroni. Ich weiß noch, damals, da gab's nur diese vier Special-Skins, diese Ninjas und sowas, Leute. Aber, ey, es gibt ja ultra viel krasses Zeug mittlerweile. Oh mein Gott, wie krass ist bitte Stumblegeist geworden? Und Leute, jetzt auch ganz neu, gibt es hier auch eine Kooperation mit Looney Tunes, Leute. Auf komplett Nostalgie. Wie krass ist das denn hier? Die ganzen Looney Tunes Skins sind auch am Start. Ich würde sagen, wir werden jetzt hier einfach mal Bugs Bunny spielen. Richtig nice. Es gibt natürlich noch viele weitere Kooperationen, wie zum Beispiel Mr. Beast, Ninja Turtles, Hot Wheels und vieles mehr, Leute. Also sehr, sehr krass. Ich muss sagen, Stumblegeist hat sich echt krass entwickelt. Aber wir spielen auf jeden Fall jetzt mal mit Bugs Bunny, Leute. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Man kann auch hier schon am Hintergrund sehen, dass das hier alles Looney Tunes mäßig ist. Und ich würde sagen, wir können ja mal hier kurz gucken. Äh, Leute, okay, ich bin hier gerade mal nur Level 13. Ey, warum bin ich denn hier so ein Noob, Junge? Okay, äh, lasst uns mal, wir gehen mal in den Shop. Wir gucken mal, was mittlerweile so im Shop abgeht. Wir haben ja ziemlich viele Juwelen, die wir jetzt hier mal schön verknallen können. Oha, was gibt es denn mittlerweile alles für Glücksräder hier? Gruseliges Rad, legendäres Rad, Sunrad. Äh, oha, das gruselige Rad. Das sieht krass aus. Komm, wir holen uns jetzt hier mal direkt... Ey, einfach, Leute, was soll der Geist? Wir holen uns jetzt hier direkt mal 10 Wheelspins. Mal gucken, ob wir jetzt hier neue Skins kriegen, Leute. Wow, let's go! Oh mein Gott, das erinnert mich so an früher, ey. Oh mein Gott! Let's go, direkt neuer Stumbler. Den hatten wir noch nicht. Direkt hier neun. Sehr nice. Und wer jetzt auch Bock bekommen hat auf Stumblegeist, Leute, ihr wisst Bescheid. Ist natürlich kostenlos mal ein Eins-Nimm-Special. Schade. Also jetzt kostenlos runterladen auf Xbox, auf Handy, auf iOS, Android, PC, überall, Leute. Checkt das Ganze auf jeden Fall ab. Sogar bald auf Nintendo Switch. Ah, Duplikat, Duplikat, Leute. Trotz all der langen Zeit habe ich immer noch hier manchmal... Oh, eins daneben, ey. Ey, komm schon. Ey, Mann. Auch Duplikat. Ey, Junge. Ich dachte, ich würde hier ein paar mehr neue Skins kriegen. Ja, den habe ich doch auch Duplikat, ja. Komm, jetzt hier nochmal ein Special hier. Jetzt mal hier einen Special-mäßigen. Oh, der Mythische. Die Bananen, die sehen ja übel crazy aus. Oh, schon wieder eins daneben. Okay, also aber trotzdem immerhin vier neue Skins, Leute. Ist schon mal nicht schlecht. Was kann man hier noch bekommen? Das legendäre Rad hier. Auch nice, Leute. Auch nice. Okay, also da kann man nur legendäre ziehen. Ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Und dann gibt es hier noch das Sunrad. Das sind halt auch krasse. Aber ich muss irgendwie sagen, ich habe voll Bock auf diese Crucial-Skins. Ich hätte schon irgendwie gerne... Oh, Leute, diese Zombie-Banane. Der ist ja so krass. 0,58er Chance. Ey, Leute, ich werde es nochmal probieren. Ist mir egal, ich werde es nochmal probieren. Leute, ich brauche die Zombie-Banane. Bitte, gönn die Zombie-Banane. Okay, wenigstens ein neuer Skin. Den haben wir noch nicht. Sehr gut. Oh, Leute. Ich habe das so vermisst, dieses Glücksrad. Ich habe das Glücksrad-Dreeltalk so vermisst. Leute, lasst jetzt hier mal wirklich ein Like und ein Abo da. Wenn ihr wieder öfter Stumbleguys sehen wollt. Ey, ich muss sagen, ich habe es vermisst. Ich habe es vermisst, Freunde. Die guten alten Zeiten. Alter. Nice. Ey, Leute. Wenn ich jetzt hier gleich diese Banane ziehe, dann drehe ich hier. Dann drehe ich hier völlig durch. Wir wollen die Banane. 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 Oh, der ist auch cool. Inside Out. Okay. Banane. Banane. Christmas Future. Okay. Man, ey. Gönn kein Special oder müthig hier. Dreh durch. Und das ist halt 0,5... Ist halt 0,58% der Chance. Schade. Okay, trotzdem vier neue Skins, Leute. Ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Guck mal, eine Stumblebox können wir uns auch noch kaufen. Alter. Da ist die Chance auch noch mal, dass wir hier was Krasses kriegen. Guck mal hier. Mit den Stumble-Tokens. Da haben wir ja auch viele davon. Alter, wie cool. Seit wann gibt es denn hier so eine Boxen? Oha, die kann man so aufklicken. Ah, okay. Okay, Leute. Da ist natürlich die Chance geringer. Und... Ey, aber wie krass ist das denn? Man kann hier diese Boxen so aufreißen. Ah, okay. Duplikat haben wir schon. Komm, noch mal. Noch mal, Junge. Also, ich muss sagen, Leute. Stumblegeist hat sich übelst krass entwickelt. Ich habe wirklich wieder so Bock bekommen hier auf das Game. Holy moly Macaroni. Und... Zack. Ah, Duplikat noch mal. Schade. Okay, wir gucken mal. Aber davon haben wir echt viele. Also, davon können wir echt viele aufmachen. Was gibt es hier noch? So epische Skins. Legendäre Skins. Alter. Was sind denn das für Boxen? Oh, da muss ich aber Juwelen aufladen. Da muss ich mir aber Juwelen aufladen. Ey, da können wir auch dieses absolut crazy Zeug ziehen. Leute, ich glaube, ich muss mir das noch... Einen übrig. Wir haben einen übrig. Shop. Oh, nein. Ich muss in den Shop gehen. Leute, wir müssen hier kurz noch mal was kaufen. Ich muss hier noch mal Geld ausgeben. Und Kauf abgeschlossen. So. Hehe. Wo sind jetzt hier die legendären Packs? Wir machen jetzt hier nochmal ein schönes legendäres Pack auf, Junge. So, hier kaufen. Oh, bitte gönn jetzt. Bitte gönn. Bitte gönn. Leute, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Dann würde ich sagen, jetzt drei, zwei, eins und Pack Opening. Was ist das? Neon Blade. Neon Blade. Ich glaube, es war jetzt nicht so was super krass Seltenes, ne? So jetzt... Oha. Premium Stumble Pass. Es gibt hier auch wieder einen Stumble Pass mit den Looney Tunes Skins. Und es gibt sogar noch ein kostenloses Super Glücksrad. Okay, komm. Das kostenlose Super Glücksrad nehmen wir jetzt auf jeden Fall hier auch noch schnell mit. Und... Ja, was kriegen wir? Vielleicht zwei Juwelen. Ja, fünf Juwelen. Okay. Danke, Bro. Mit fünf Juwelen kommen wir leider nicht so weit, aber okay. Ey, Leute, ich sehe hier aber auch gerade... Wife ist online. Seit wann spielt Wife denn Stumble? Geist, Leute, wisst ihr was? Ich lade den jetzt hier einfach mal ein. Dann können wir den ja mal zu einer Challenge doch rausfordern. Haha. Oha. Oha, er ist beigetreten. Äh, Lukas? Was geht's? Ey, Bro, warum bist du wieder rausgegangen? Hast du Angst oder was? Hä? Jungen, was für Angst? Du bist raus. Ja. Ey, ich bin wieder raus. Du bist wieder raus. Okay, Bro. Komm mal rein. Komm mal rein, Lukas. Oder hast du Angst, gegen den Stumblegeist-Boss zu spielen? Bro, du wirst gleich sehen, wer hier der Stumblegeist-Boss ist. Okay, ich bin dran. Welches Level bist du? Äh, Bro, ich weiß es gar nicht. Ich hab geschaut. Junge, Bro. Was ist Level 2? Du bist Level 2. Du bist Level 2. Ja, gut, Lukas. Komm, dann lass doch jetzt hier einfach mal gucken, wer hier der bessere Spieler ist. Bro, ganz kurz. Warte mal, warte mal. Du checkst schon, es geht um 10.000 Euro, ne? 10.000 Euro? Ja, wir haben gesagt 10k. Äh, okay. Also 10.000 Euro ist ein bisschen viel. Ja, Bro, aber wir klären es jetzt einmal richtig. Ganz einfach. Gut, okay. Komm, dann 10.000 Euro. Aber wie viele Runden machen wir? Wie viele Runden? Okay, lass eine gerade zum Warm machen. Eine Warm machen. Okay. Jetzt will er sich warm machen. Okay. Bro, ich werde kurz einmal erster und dann machen wir das Ding weiter. Es gibt ja auch so viele. Es gibt ja Spongebob-Maps und sowas. Ey, Leute. Oh mein Gott. Bro, es gibt so krasse Kooperationen, die die haben. Ninja Turtles, Mr. Beast, alles, Bro. Ich bin auch... Das Problem ist, ich bin so raus. Ich bin... Oh mein Gott. Schon so lange nicht... Ey, ich werde runtergeworfen. Ja, let's go. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, ich bin so raus, Leute. Nein! So lange nicht mehr gezockt. Okay, bist du noch auf der Wasserrutsche? Ja, 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 ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, Leute. Wenn wir jetzt hier rausfliegen... Ich weiß, dass es hier so ultra viele so Abkürzungen sowas gibt, aber das habe ich noch nie so wirklich gecheckt. Wir machen einfach nochmal. Wir machen nochmal. Bist du hier so... Bist du so ein Cheater, so ein Abkürzer-Typ hier so? Äh, geht. Ich bin auf jeden Fall besser als du, das weiß ich. Ah, okay, okay, okay. Wir werden sehen, Lukas. Bro, ich spiele Stumbleguys. Ich bin OG in Stumbleguys. Checkst du das? Ich bin OG. Checkst du das? Checkst du das? Dass ich gerade schon im Ziel bin? Ja. Boom! Ich auch, Bro. Ich auch. Ich auch. Fühl dich bitte nicht. Fühl dich bitte nicht, Lukas. Wie viel da wurdest du? Ich wurde, ähm, zweiter. Zweiter wurde ich, Bro. Ja, wahrscheinlich. Bro, ist es gerade eine Proberunde, ne? Ist es eine Proberunde, ist es eine Proberunde, okay. Bro, das ist wirklich... Ich war ja das gerade ganz anders, dass wir das machen, ne? Ja, ja, das ist hart, das ist hart. Hoffentlich die UFO-Map. Ah, okay, Laser-Map, schade. Oh, 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 hä? Laser-Dash. Laser-Dash, Bro. Das ist nämlich schon aus Laser, Tracer und Block-Dash. Das gab es früher auch nicht. Okay. Ach, du heilige. Ey, das ist ein ganz neuer Modus. Oha, es gibt sogar so viele neue Modis. Es gibt die ganze Zeit immer neue Sachen, ne? Ja, äh, Alter, es ist mit Laserstrahlen und Blöcken. Oh mein Gott, ist das hart. Das ist crazy. Okay, zwei sind schon raus. Zwei sind schon raus, alles gut. Lukas, bist du einer der beiden, die raus sind? Nein, nein. Schade, Bro. Schade, Bro. Schade, Bro. Ah, da ist er, der Crymax-Fake, ne? Hier, guck mal. Siehst du, by the way, dass ich den Königskin habe? Oh mein Gott. Das war knapp. Knapper Hase. Nein, nein, ich bin raus. So, Lukas. Jetzt weißt du, wer hier der Stumble-King ist. Testrunde, Testrunde, alles gut. Ja, alles gut, Bro. Alles gut, Bro. Alles gut, Bro. Alles gut, Bro. Das sind aber die nicesten Final-Maps, Leute, wo es so länger durchhalten geht. Okay, ich guck dir auch zu. Ja, guck mal zu. Denk dran auf die hohen Dinger. Oh, der eine ist eklig, der will hier boxen. Der Eklige. Bei dem Ninja muss man aufpassen. Das ist ein Ekliger. Oh, der Ninja ist bei mir. Also, ich will nichts sagen, aber ich mach grad schon echt Auge, Bro. Ja, das ist nice, Bro. Danke. Profi. Ich bin ein Profi. Ja, ja, ja. Nicht schlecht, Bro. Also, das muss man dir lassen. Ey, Mann. Ich bin abgerutscht. Ja, ja. Ja, gut. Okay. Okay, Leute. Aber das war unsere Aufwärmrunde. Ich würde sagen, ich lade dich wieder ein. Ab jetzt hier aber richtig. Best of three, wer weiterkommt. Ich würde einfach immer sagen, der Punkt bekommt immer der, der weiterkommt. Kommt, okay? Ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Zehn. Wenn wir beide es schaffen, schauen wir auf Platzierung. Wobei, ja, wenn wir nicht. Zehn Tausend Euro ist so viel Geld. Oh, mein Gott. Es geht los. Es geht los. Ich küsse euer Herz. Bitte. Ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen, Freunde. Das Ding ist, es gibt so viele krasse verschiedene Maps, Minigames. Ich hoffe einfach, es kommen Sachen dran, die ich gut kann. Ich hoffe, es kommen diese Oldschool-Sachen, weil die kann ich noch. Ich kenne die ganzen neuen Sachen, kenne ich gar nicht. Boah, dieses ganz neue. Ich habe das so oft, als ich jetzt getroffen habe. Dieses ganz neue. Ach, du hast schon ein bisschen geübt? Okay. Nein, nein, nein. Ah, okay. Das ist zum Glück eine OG-Map. Okay. Die habe ich noch nie gezockt. Echt? Okay. Let's. Ey, warte mal. Sind wir überhaupt in einer Runde? Äh, ja. Äh? Okay, okay. Weil der Standkampf hat mich eingeladen. Ah, nein, ich bin runter. Oh, mein Gott. Ich bin los. Ich bin los. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich sehe dich doch hier in der Lobby. Nein. Bist du weit vorne? Bro, fail. Hey, Bro, ich schaue gerade so rein. Oh, mein Gott. Das war's, Bro. Das war's? Ey, was mache ich denn für einen Müll? Ja, das war's, Bro. Ich gebe zu, das war's. Leute, wir werden nicht ins Ziel kommen. Erster Punkt für your wife. Erster Punkt für your wife. No! Oh. Bro. Er schlägt mich. Ja. Ich war Zweiter. Oder? Nee, warte mal. Okay, okay, okay. Du schaffst es nicht mehr. Du schaffst es nicht mehr. Oh, mein Gott. Doch. Nein. Nein. Komm, nein, los. Ja. Bro, so schlecht. So schlecht von mir. Oh, mein Gott. Wie kann man so schlecht sein? Lass mich da raus. Ey, ich habe wirklich so reingeschuckt. Warte, machen wir irgendwas, wenn man Erster wird? Nein, ist egal. Oder sagst du, wir beenden jetzt. Einfach nur weiter. Einfach nur weiter. Lass raus. Lass raus. Die erste Runde geht an Lukas. Okay, erster Punkt geht an Lukas. So. Wichtig. Freunde, wenn ich jetzt die nächste Runde gewinne, dann war es das schon. Hey. Nein, hey. Bro. Wer drei Wins hat, Bro. Junge, jetzt macht der wie bei Stickshack Schnuck, weil man sagt, eine Runde. Ja, bis drei, Bro. Nein, wir machen, wer zuerst dreimal gewonnen hat. Bro, wir haben... Okay, weißt du was? Wer zuerst dreimal gewonnen hat, machen wir. Ja, okay, 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 okay. Okay. Machen wir so. 1-0 Lukas. Aber final. Wer drei Wins hat. Ey, ja, wieder die Map. Ja, okay, okay. Oh mein Gott, ey, wieder die Map, Leute. Ey, es prankt mich. Ja, okay, Bro. Es ist wirklich nicht meine Map. Ich bin auch runtergefallen, Bro. Es ist wirklich nicht meine Map, Bro. Oh. Okay, okay, okay. Wenn wir natürlich beide gleich rausfliegen, bekommt keiner den Punkt, ne? Ist ja klar. Ja. Oh, ja. Wichtig, 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 wichtig. So, aber diesmal läuft es auf jeden Fall besser, Freunde. Es läuft sehr, sehr gut. Wie läuft es bei dir? Nein! Ja, perfekt. Das dachte ich mir doch. Bro, ich holte dich kurz gleich ab. Bist du im Ziel? Noch nicht, aber ich bin auf der Zielgeraden. Ja, GG. So, wichtig, richtig und wichtig, richtig und wichtig. So, Lukas, ist das jetzt hier etwa der Punkt für mich? Ich bin abgesaved. Oh, 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 oh. 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 Wife, was war da denn los, ha? Was war da denn los? Ich hatte den größten, den größten Fall meines Lebens am Anfang. Ja. Oh mein Gott. Okay, 1-1, Freunde. Sehr, sehr nice. Wir gehen rein in die nächste Runde. Let's go, Leute. Okay, Freunde, weiter geht's. Nächste Runde. 1-1, 1-1, 1-1. Das waren jetzt echt zwei schnelle Runden. Ich muss jetzt wirklich rein-sweiten. Oh, was ist die Map? Komm, gönn. Gönn. Was kommt, was kommt, was kommt? Was, was OG bitte. OG. Na? Klassisch. Ja, wichtig, 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 wichtig. Oh, ich kenn's nicht. Pain Splash. Pain Splash. Ja, 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 ja. Easy, krieg ich hin. Pain Splash, gute Map, gute Map, Leute. Klassiker. Statt direkt ganz vorne. Kuss, Digi, Kuss. So, ich hoffe, Lukas fliegt wieder raus. Na, na, Crymax, alles klar. Na, ha? Ich kratz. Bro! Was? Okay, 16, aber easy. Na, hast du reingechokt? Nee, du? Nee, ich auch nicht. Bei mir läuft's Mashallah. Ich bin schon auf der Zielgeraden. Ja. Oh, mein Gott. Wichtig. Nein, das geht weg. Er ist da. Er ist da im Ziel. Oh, mein Gott. Persönliche Bestzeit. Ich hab's auch. Ich hab's sogar meine persönliche Bestzeit gerannt gerade. Bro. Ey, ich war genau hinter dir und dann ist der Boden vor mir weggegangen. Ich bin so clean durchgerannt. Oh, mein Gott. Strong. Strong, strong, strong. Wichtig. Okay, okay, okay. Taktisch sehr wichtig. Aber du hast auch geschafft. Ja, ja, ich hab's geschafft. Schade. Junge, ich bin richtig aufgeregt gerade. Ich schwör auf alles. Ja, ich auch, ich auch. Okay, nächste. Komm, bitte mal eine Map, die ich kenn. Was ist das? Oh, mein Gott. Nie gesehen. Nie gesehen. Nie gesehen, diese Map. Ich hab' mir bei dir noch nie gezockt. Bro, das sieht übel schwer aus. Bro, und es kommen nur acht rein. Also das war's doch schon wieder komplett. Okay, man wird hier so hochgewirbelt mit den Tornados. Okay. Nein, nein, nein. Reingeschockt. Oh, mein Gott. Nein, 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 nein. Bro. Nein. Komm schon. Bro. Ey, Digga, ich kotze ab mit den Dingern. Oh, mein Gott. Hä? Ich komm nicht rüber. Ich check's nicht. Ah, jetzt. Oh, mein Gott. Ich bin aufs Falsche gegangen. Nein, das war's. Also ich hab' Niemals. Nein, ich fliege. Ich mach's so gut, Bro. Niemals. Niemals komm ich noch rein. Warte mal, man startet jetzt nicht wieder am Anfang, oder? Nee. Ich bin, also... Oh, mein Gott, Bro. Hä? Bro. Digga, ich raste hier gleich aus. Das ist so eine harte Map. Mach's direkt vor mir. No. Das ist so eine harte Map. Oh. Komm. Wichtig. Wichtig. Nein. Wichtig, wichtig, wichtig. Digga, ich fliege doch schon. Warum geht das nicht? Wichtig, wichtig, wichtig. Nein, 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 nein. Reingechockt, reingechockt, reingechockt. Weiter. Ja, okay, okay, okay. Ich werd direkt wieder verprügelt. Oh. Ich... Oh, na. Hä? Wo sind wir denn da unten? Da kann man sich ja noch halten, lol. Bro, ich kotze hier gleich komplett ab. Ah. 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 Nein. Ja, Freunde, okay. Muss ich eingestehen. Jogi, was ist das denn? Ey, Mann. Das war's. Geschafft? Nein. Oh, die Map ist hart. Nein, nein, nein. Aber wenigstens spawn ich da jetzt, oder? Okay, ich hab das hier geschafft, aber... Den allerletzten. Niemals. Das sind so viele Formen. Ja, schade. Schade, schade, schade. Oh, ich hab's aber auch nicht geschafft. Okay, das heißt, diese Runde unentschieden tatsächlich. Unentschieden. Also, schwierig. Wenn man's nicht kennt, die Map schwierig erstmal einzuschätzen. Wie viel steht's gerade? Es steht 1, 1. 1, 1 steht's. Keiner kriegt den Punkt, Leute. Freunde, ist noch nix verloren. Oh. Okay, weiter geht's. Next round. Next round. Next round. Ey, wir sind eigentlich echt gleich auf aktuell so. Das wird super spannend. Ich bin schon halb am Zittern. Ich schwör auf alles. Es ist halt wirklich so dieses OG gegen so ein neuer Spieler. Ah, die Schneemap, Freunde. Ja, okay, aber auch. Bro, auch OG Map. OG Map. Oh, wir sind beide in erster Reihe, Bro. Ja, 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 ja. Okay. So, zack. Oh, Lukas. Macht hier gut. Lukas hier der schnelle Hase. Du bist sogar, glaube ich, erster. Nee, zweiter. So, jetzt schön runter zu sliden hier und... Bam. Abgesaved. Richtig. Richtig. Richtig, Freunde. Gut, 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 gut. Alter. Bist du schon im Ziel, oder? Ja, ich bin im Ziel. Ah, okay. Habt ich gar nicht gesehen da vorne in den ersten Reihen, ne? Bro, ich war irgendwie Fünfter oder sowas. Fühl dich bitte nicht. Nee, Spaß. Ich glaube, wir kamen genau gleichzeitig. Freunde, es wird ernst. Nächste Map. Es wird ernst. Ja, schon wieder Laser-Dash. Okay. Ah, okay. Freunde, beim Warmmachen hat Max es gerissen, aber... Okay, Fokus, Jungs. Fokus. Oh, es läuft gut. Nein, ich bin so ein Bummi. Bist du raus? Ja! Komm schon, bitte. So ein Bummi, Jungs. Oh mein Gott. Was habe ich da gerade gemacht? Einfach, einfach gar nichts gecheckt gerade. Einfach gar nichts gecheckt. Wie schlecht. Oh mein Gott, nein. Das war so schlecht. Nur noch durchhalten. Aber die anderen sind echt gerade gut. Lukas muss rausfliegen jetzt. Ja, raus, raus, raus. Nein! 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 Als letzter fliegt der raus. Das kann nicht wahr sein. Als letzter fliegt der raus. Ja. Das kann nicht wahr sein. Ja. Nice, nice. Doch! Oh mein Gott. Ey, ist das krass. Es steht immer noch 1-1, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Warte mal ganz kurz. Lukas muss mal in meine Einstellungen schauen. Warte, ich lade gleich wieder ein. Leute, ich müde mich jetzt mal ganz kurz hier. Ich gehe nämlich mal kurz in meinen, äh, Spind rein. Äh, weil, Leute, man kann ja auch hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich werde jetzt hier nämlich mal mein Box-Emote ausrüsten. Ich habe ja auch diesen Box-Emote, wo man Leute umboxen kann und so. Hehehehe. Alter, Feuerschlag gibt es jetzt hier sogar. Feuerpunch. Hier, zack. Leute, umgrätschen. Wir werden jetzt mal ein bisschen eklig spielen. So, da können wir nämlich den Lukas umhauen. Wir werden jetzt mal ein bisschen cheaten, Leute. So, 1-1 steht es jetzt hier, Lukas. Komm schon, Bro. Mein, der Win war gerade so verschenkt. Es war so verschenkt. Das war, oh, Icy Heights wieder. Und, okay. Auf entspannter Reno, Icy Heights. Auf entspannter Reno. Der wird es jetzt. Okay, haben wir eben auch beide geschafft. Aber, oh, wir sind in letzter Reihe gerade. Ja, ist egal. Ist egal, Bro. Die anderen sind Noobs. So, zack. Ey, du läufst immer rechts rum da, ne? In der ersten, denk. Nee, eben nicht. Oh, knappe. Oh, gut ausgewischen hier. Gute Tactics. Gute Tactics. Nein! Ja, wichtig. Bro, das war der dümmste Tod, den es überhaupt gibt. So, Lukas raus. Zwei, eins für mich. So, zack. Und abgesaved. Ich bin abgesaved, Bro. Ich bin abgesaved. Na, wie sieht es bei dir aus? 13. Oh, mein Gott. Ich bin auch abgesaved. Boah, das war knapp. Ach, du Heilige. Oh, mein Gott. Bro, ich wollte einmal von diesen Dingern, die sie so gedreht haben, weggeschauen. Boah, das war es komplett. Okay, Freunde. Das heißt, es geht jetzt wieder in die heiße Phase. Nein, 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 nein. Was ist das denn schon wieder? Ich muss ehrlich sagen, ich habe die ein paar Mal gezockt und war nicht schlecht, aber... Bro, ich kenne diese Map nicht mal. Hier gibt es keine Schwerkraft, du Duhl. Okay. Ja, aber hier ist die Schwerkraft doch anders. Du weißt doch, was ich meine. Ja, man springt so höher und so. Ach, man muss hier von dem Ufer aufgesorgt werden. Okay. Okay, okay, okay. Nein, 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 wo fliege ich hin? Ja, das war es, das war es, das war es. Das war es doch für uns schon wieder komplett gewesen. Ich glaube, der Punkt geht an Lukas. Ja, chill, Bro. Doch ist gar nichts passiert. Es können nur acht Leute sich qualifizieren, by the way. Ja, das... Also, Bro, wenn man die Map nicht kennt, ist... Ich spring nach rechts. Bro, ich bin weggesprungen. Nice. Ja. Ja, Mann, was ist das denn? Oh, ich bin auch gerade so fokussed. Sorry, Leute, dass ich hier vielleicht gerade ein bisschen weniger erzähle, aber... Ist da erst einer drin? Ich bin echt gerade... Und ich bin der zweite, Digger! Was? Let's go! Oh, wie gut der ist. Oh, mein Gott. Boom, Junge! Festzeit auch noch. Oh, mein Gott. Er schafft es nicht. Er schafft es ganz. Nein! Wo bin... Nein, guck mal, weit hinten man spawnt. Einer noch. Ja, das ist... Na, Mann! Yeah! Ey, mein Gott. Oh, mein Gott! Bro, was soll ich sagen? Ich kannte die Map halt nicht, Leute. Ey, Leute, Lukas darf jetzt auf jeden Fall nicht nochmal gewinnen, weil dann war es das. Dann war es das gewesen. Wir müssen jetzt unbedingt aufholen. Bro, wärst du gerade bei dem Laser nicht runtergefallen? Ja, das war... Das war fail. Das war fail. Okay, letzte Map, Freunde. Eventuell. Vielleicht machen wir noch mehrere, wer weiß. Bro, ich sag's dir, safe. Es wird wieder ein Unentschieden jetzt. Ja, es kann... Was kommt? Ja, okay. Rutsche sollten wir eigentlich... Sollte machbar sein. Und wir starten wieder mit... Okay, mit 16. Also 32. Ja, und ich verkack direkt am Anfang. Ich komm sehr gut durch. Sehr gut. Oh, ich komm gar nicht gut durch, Bro. Sehr, sehr gut. Bin ganz vorne mit dabei. Wichtig. Aber du, Lukas, mach dir keinen Stress, Bro. Mach einfach entspannt. Mach einfach entspannt. Oh mein Gott, Leute. Ich rass hier. Ich rass die Rutsche entlang. Ja, Bro. Ganz easy für dich jetzt. Zack, zack, zack. Wie sieht's bei dir aus? Wie läuft's? Ja, ganz okay. Wie sagt ihr ehrlich? Ich weiß nicht, ob's reicht. War's echt so schlecht? Oh mein Gott, was... Ich bin hier aber auch gerade wirklich unten. Ich sag's doch. Nein! 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 Bro, ich war Erster. War's echt jetzt? Ich bin drin. Ich bin drin. Ich war als allererster. Ich hab gerade irgendwie alle überholt. Harry Crack. Und bin dann runtergefallen. Oh nein! Nee! Nein! Nein, nein, nein! Törtel-Türtel, Freunde. Nicht wieder die Ninja-Türtel. Oh mein Gott. Okay. Boah, Bro. Ich bin so ziemlich ganz hinten. Bro, ich fall runter. Ja, das war's. Ich hab verkackt. Echt jetzt? Ich bin gerade runtergefallen. Ja. Taktisch wichtig. Du nicht? Nein, ich bin nicht runtergefallen. Ich bin, glaube ich, gerade der Erste sogar. Hier, ich zähle zumindest vor mir keinen Gegner. Und let's go, let's go! Bist du im Ziel? Nein, nein, nein. Boah, wohin? Also, ich bin nicht mehr Erster, aber Zweiter. Oder? Nee, ich weiß nicht. Bin nicht mehr durch. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Easy. Mehr als Acht vor mir. Ja, kannst vergessen. Ausgleich. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein, er hat's auch. Nein. Mann, Leute. Das wär so ein taktisch wichtiger Punkt jetzt gerade gewesen. Wir sind im Finale und wenn Lukas jetzt das Ding hier gewinnt, dann hat das. Oh mein Gott. Und es kommt Laser Tracer. Laser Tracer. Aber du weißt, du musst gewinnen jetzt quasi, ne? Also. Alles. Äh, Bro. Guck mal, wie er redet. Guck mal, kommt mal GG hier. Dickes G zu dem Double G. Okay, Freunde. Drückt mir alle jetzt die Daumen. Ey! Oh. Hab ich dich gerade umgehauen? Umgehauen. Bro. Digga, okay. Er fängt unfair an auf einmal. Hab ich dich gerade umgehauen? Oh. Guck mal, jetzt muss er schon so anfangen. Ah, Lukas, Bro. Es geht um 10. Ha! Na! Ja! Ich drück die Falt. Ich bin so, ich bin wirklich dumm. Ich bin dumm. Ich drück gerade. Statt W drück ich S. Weißt du, wie man das nennt? Nein. Karma. Ey, Leute. Ich bin lost. Ich bin... Ach, du Heilige. Ich drück einfach... Ich guck gerade in die Kamera. Will wieder auf Tastatur drücken. Drück Falsch-Taste. Ey, das ist also lost, Leute. Einfach lost. Ja, aber hab ich jetzt schon gewonnen? Eigentlich nicht. Bro, als ob ich jetzt hier den... Du musst gewinnen jetzt. ...den All-In-Win holen muss. Ja, ich gegen zweimal Mr. Beast in Gold. Bro, das sind übel die Bro-Player. Ja, davor haben wir es ja auch nicht nach Platzierung in den Runden gemacht. Oh. Ja, okay. Bro, wir waren ja im Finale. Bro, ich wurde dritter. Oh. Ich wurde dritter. Müssten wir wohl noch eine Runde machen. Bro, du bist zuerst gestorben. Ja, Bro, seit wann machen wir damit Ranking in den Runden? Junge, da muss man ja die Runde gewinnen. Ja, gut. Gut, dann okay. Von mir aus, dann nimm du halt die 10.000 Euro. Ey, Mann. Ja, ist okay. Ist okay für mich. Oh, nein, Leute. Stumblegeist, trotzdem vielen Dank. Hier, an die Kooperation. Kuss, 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 geht raus. Lukas hat das Ding hier leider gewonnen. GG ist an dich hier für die 10.000 Euro. Leute, lasst ein Like und Abo da. Ladet euch kostenlos Stumblegeist runter. Ihr wisst Bescheid. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crymax. Und bis. Vielen Dank.